sehr gegrüßt wetzold hallo agitator wir reden heute über das thema walkismus oder wie du es nennst wird vulgar sozialismus hat sie auf deinem kanal zehn kritikpunkte zur walkness vorgestellt ich glaube damit kannst du gleich mal anfangen was stört dich an dieser ideologie beziehungsweise wie charakterisierst du diese ideologie ersten ja also das was ich damit im grunde genommen einfangen will begrifflich ist sind entwicklungen der politischen linken die ich würde mal sagen so vor 15 bis 10 jahren angefangen haben sehr dominant zu werden wobei ich die wurzeln dessen schon deutlich weiter zurückführen würde und das ist ja ist eine politische linke die nach meinem dafürhalten zunehmend religiös oder quasi religiösen bekennhaft auftritt und wo es eine gewisse gefahr zerfall auch der diskussionskultur gibt und das kritisiere ich einfach ja und vulgär sozialismus deswegen also es ist im sozialistischen sinne ist auch im vulgär sozialismus die gleichheit meines erachtens der dominante leidwert zum einen und zum anderen lebe ich die ganze denk- und diskussionskultur als tatsächlich vulgär als vereinfachen verflachend und auch sich häufig an vordergründigkeiten orientierend und ist also weit entfernt von ich will mal sagen vergleichsweise tiefgründigen gesellschaftskritischen analysen wie in der frankfurter schule oder auch irgendwelchen orthodoxen marxistischen ansätzen was gleich man was immer man auch davon halten will aber eine derartige verflachung des denkens kann man den glaube ich nicht vorwerfen du hast ja mit einigen walken streamer jetzt schon längere diskussionen hat sich was an deiner kritik geändert oder siehst du es immer noch so eigentlich hat sich nicht viel geändert ich habe natürlich ich versuche natürlich durch solche auseinandersetzungen auch ein bisschen was über das thema zu lernen und besser zu verstehen wie menschen ticken die so die so denken denn man muss ja sehen ich will mal so sagen also ich habe gerade bei diversen akteuren des vulgarischen sozialismus auch den eindruck dass hinter dieser ideologie auch irgendwo ein leiden steckt sag ich mal also es versucht sich in dieser ideologie eine gewisse ein gewisse unbehagen in der gegenwart irgendwo begreiflich zu machen ja und das muss man erst mal ernst nehmen ja wenngleich man dann lösungen vielleicht auch kritisieren kann oder sagen kann das sind keine wirklichen lösungen oder die machen es nur noch schlimmer muss man erst mal das dahinterstehende motive verstehen und wobei ich da jetzt auch sagen will es gibt ja vielleicht jetzt nicht die eine die eine formel mit der man das auflösen kann und ich glaube dass es auch individuell sehr verschieden ist aber trotzdem helfen finde ich das auf jeden fall interessant auch zu verstehen warum gewisse ideologien vertreten werden und ja ich habe dieses 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 video gemacht mit den zehn übeln des wokismus ja oder das vulgar sozialismus ich habe das dann ja auch gleich auf die subnet schreibe ich natürlich immer noch was mit vogue drauf weil es einfach der begriff ist der auch verstanden wird ja aber ich habe dann ja gleich in meinem video und disclaimer auch gemacht ich weiß jetzt nicht ich habe die zehn punkte jetzt hier vorlegen ob wir das jetzt kurz durchgehen wollen schritt für schritt oder ob ich sie mal kurz durchlesen soll und dann gehen auf einzelne punkte an also ganz wie du magst ja okay das könnte tatsächlich etwas dauern ich würde wenn wir gleich machen aber erst mal würde ich noch eine grundsätzlichere frage stellen du hast ja gerade von dem leiden gesprochen damit meinst du jetzt kein materielles leiden sondern eher so ein leiden am welt schmerz und dann im sinne von dass die leute keinen sinn im leben haben ja über das materielle kann man auch sprechen weil ich ich würde jetzt das materielle nicht völlig rausnehmen es steht jetzt aber nicht im vordergrund weil wenn man jetzt überlegt wie war es vor 20 jahren wie es jetzt ja da hat sich ja keine ganz fundamentale änderung in der in der ich würde mal sagen materiellen situation vollzogen wenn gleich natürlich auch in der gegenwart problematischer aspekte gibt vom von dem wie es den menschen geht aber das ist glaube ich tatsächlich nicht nicht der hauptgrund ja nee ich sorry wenn ich da jetzt einhacke aber ich stelle diese frage weil diese ideologie ja eher unter akademischen kreisen und nicht so sehr bei armen und arbeitern rückhalt findet das heißt ja naja aber auch da ist man wie soll ich sagen also nur weil man in akademischen kreisen unterwegs ist heißt nicht unbedingt dass man wohlhabend ist ich meine es gibt ja auch so ein akademisches prekariat sag ich mal ja wenn man es dann eben nicht zur professur schafft muss man ja auch irgendwie überleben das heißt auch als mit einer akademischen ausbildung wenn man geisteswissenschaftlich orientiert ist hat man kann man in so einer kultur prekariat landen ja also das möchte ich jetzt gar nicht wie soll ich sagen dass diese kreise völlig verschont sind davon ja ja aber also dann können wir jetzt glaube ich deine zehn punkte durchgehen genau also der erste punkt ist eben dieses was ich schon genannt hatte das quasi religiöse ich habe dafür ja auch einen begriff in der ideologie der radikalen mitte vielleicht natürlich noch drei worte dazu sagen also ich ich bezeichne mich politisch als radikaler zentrist habe dazu auch ein buch geschrieben manifest der radikalen mitte und habe das ist im grunde im laufe meines kanals entstanden vor dem vor der notwendigkeit mich irgendwo politisch auch zu positionieren ursprünglich nur für mein publikum gedacht ja ist aber doch ein ganz ansehnliches buch daraus geworden in dem ich eben diese ideologie grundlegte möchte jetzt nicht jetzt zum haupt thema machen aber wenn ich immer darauf zu sprechen komme radikal zentristisch oder so dann meine ich immer das das nur sofort so viel vorweg und in dieser ideologie habe ich eben den begriff des gnosticismus geprägt auch nicht völlig neu also das ist jetzt keine nicht von grund auf neu entworfen dieser begriff aber das ist eine bestimmte grundfigur von ideologien die ein relativ starkes verständnis von gut und böse schwarz und weiß machen ja und das ist eine gewisse ja wie so eine art blaupause für ideologien die sich aber in ganz unterschiedlichen ideologischen kontexten wiederfindet manchmal dafür halten ja und die grundkritik heißt besteht darin dass hier dieser gut böse gegensatz der primär eigentlich ich will mal sagen der eigene ethische kompass darstellen sollte dass das auf die welt projiziert wird ja und dann alles eben nach gut und böse sortiert wird ja wie auch immer man das benennt progressiv nicht progressiv oder irgendwie national nicht national oder sonst wie also das ist es gibt verschiedene inkarnationen von so einem gnosticistischen denken das und ich nehme halt den vulgär sozialismus als ich will mal sagen eine linke spielart so eines gnosticismus war weil mit so ganz harten ja kontrastierung gearbeitet wird so gnosticistische narrative haben dann oft oft auch so ein großes weltklagenarrativ das dann irgendwie benannt wird was was ich das patriarchat oder der kapitalismus oder die fossile die fossile industrie oder sonst wie ja mit der sozusagen eine also grundsätzlich schlechte weltverhältnisse gekennzeichnet werden und dann gibt es so eine art erlösungswissen dass dann wir eine art ja erlösung verheißt und ein lichtbringende eine lichtbringende formel sozusagen eine art glaubensbekenntnis die dieses böse der welt dann überwindet also das ist das ist jetzt auch kulturgeschichtlich nicht neu auch in der spätantike gab es gab es ja die ursprünglichen strömungen auch der gnosis die auch sich beispielsweise den islam relativ stark beeinflusst haben ja also dass sie nämlich eben war das ist also der erste punkt der zweite punkt ist eben diese fix wie ich das wahrnehme weitgehende fixierung auf einen leitwert die gleichheit ja und das hat birgt halt die gefahr des fanatismus wenn ich nur so einen leitwert verfolge ja gibt es da keine gibt es da kein korrektiv sage ich mal so normalerweise sollte man mehrere werte berücksichtigen freiheit gleichheit individualität und was nicht alles so wertekanon ist eigentlich sollte relativ breit gefächert sein ja und prinzipiell auch immer ein stück weit offen weil es natürlich immer auch gegenstand des gesellschaftlichen diskurses ist welche werte uns wichtig sind ja aber wenn man sich zu sehr eben nur auf einen wert fixiert läuft man gefahr auch eben zum fanatiker zu werden in so eine fanatismus falle zu laufen ja wenn man dann wenn man das programm was man versucht umzusetzen dann die früchte nicht trägt dann ist der schluss naheliegend zu sagen ja wir waren noch nicht konsequent genug und ist damit läuft man dann in so eine selbst ja wie soll ich sagen in eine selbst verstärkungsspirale rein wo es dann kein halten mehr gibt ja noch mal zu gleichheit das ist ja aber eher ein tribales verständnis von gleichheit ich meine es werden täter und opfergruppen in der gesellschaft postuliert also frauen trans menschen pocs und was nicht noch alles gibt und dann wird gesagt man muss sich jetzt tribal für deren interessen einsetzen und nicht allgemein für gleichheit also das ist schon ein anderes verständnis von gleichheit als es die linke früher hatte oder ja das stimmt es ist also naja also es ist eine ich will mal sagen stillschweigende abkehr vom universalismus die da stattfindet natürlich wird der universalismus nicht direkt aufgegeben aber die logik ist ein bisschen zu sagen ja noch immer ist es ja so beispielsweise dass das afroamerikaner jetzt nicht den gleichen sozioökonomischen erfolg haben wie weiße also ergo muss es eben hier den strukturellen rassismus geben oder strukturelle diskriminierung um das zu überwinden müssen jetzt diese speziellen gruppen privilegiert und bevorzugt werden ja also das so so ist ja die logik ja das natürlich ist dann höchst fragwürdig ist wo dann das allgemeine maß für gerechtigkeit bleibt ja beziehungsweise wo es dann das heilige offizium das sagt so jetzt haben wir es aber erreicht und jetzt müssen wir wirklich wieder alle gleich behandeln das bleibt dann offen ja und das ist auch systemisch gewissermaßen unabgeschlossen weil natürlich naja so ein aktivismus sicher niemals zufrieden gibt im grunde genommen das liegt ja in gewisser hinsicht in seiner natur ich glaube wir können dann zum dritten punkt gut ja das ist der sozioökonomisch und geopolitisch naiv bis ignorant ich sehe dass das wirklich ich will mal sagen grundlegende fragen in sozioökonomie und auch in geopolitik eigentlich nicht völlig verschwinden aber weitgehend in den hintergrund treten ja und also das kritisiere ich weil ich glaube dass man dann ein so oberflächen phänomen einfach bleibt ja und aber wirklich eine grundlegende tick von struktureller art die notwendig wäre ja wird damit eigentlich eher verhindert ja ja ich habe bei der amate amadeo tonio stiftung beziehungsweise bei ihrem portal belltower sogar gelesen dass kritik am neoliberalismus mittlerweile antisemitisch ist also wenn du jetzt beispielsweise den ausufernden finanzmärkte kritisierst dann meinst du damit eigentlich die juden und damit bist du antisemit also das ist bei den walken sogar teilweise schon tabuisiert dass man über solche dinge redet ja das finde ich ich meine es ist relativ offensichtlich dass das ein relativ schäbiges feigenblatt ist ja einfach jedem der sozusagen grundlegend die finanz wirtschaft beispielsweise kritik kritisiert dann antisemiten zu schelten das ist ja im grunde genommen auch wenn man so will eine verschwörungstheorie die sagt also die antisemiten die geben das nicht mehr zu sondern sie nennen das dann irgendwie kritik an der an der ostküste und so weiter ja ohne natürlich dass dann kritik kriterium benannt wird wie sich eine ein versteckter antisemitismus von einer echten systemkritik unterscheidet und damit hat man natürlich jede fundamental kritik verunmöglicht na aber da darauf darf man sich nicht einlassen das ist natürlich ein ein sehr sehr schmutziges spiel und ein sehr ich will wie sagen eine sehr grobschlechtige art eine systemkritik zu verunmöglichen natürlich auch absurd also keiner kein wirklich halbwegs substanzieller kritiker der der strukturen der finanzmärkte hat einen nennenswerten antisemitischen intention dabei also dass das 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 halte ich einfach für ziemlich absurd ja allein deswegen weil wenn man eine strukturelle kritik tätigt ja dann ist es völlig egal durch wen durch welche menschengruppen irgendwelche strukturen dann letztlich besetzt werden weil also sozusagen das ist irgendeine ethnische sicht auf die sicht auf die auf die problematik ist ja überhaupt nicht hilfreich ja also es bringt ja gar nichts wir können weiter zu punkt 4 ich glaube ich muss das jetzt nicht jedes mal ansagen ja selbst gefährlicher faschismusbegriff ja also es ist halt der faschismusbegriff wird meines erachtens instrumentalisiert um sich letztlich selbst als antifaschisten zu inszenieren der aber meines erachtens relativ willkürlich auch benutzt wird war bei der diskussion mit leitern ganz interessant denn also er hat sich lustig darüber gemacht dass ich eine eigene faschismusdefinition verwende ja er selbst wollte sich aber auch überhaupt kein faschismusbegriff festlegen als ich ihn dann gefragt habe nach dem motto ja das weiß ja irgendwie jeder was das heißt und so also auf gut deutsch er will praktisch relativ willkürlich seinen eigenen faschismusbegriff verwenden können will sich dann nicht auf eine definition festlegen weil wenn er sich festlegen würde auf eine definition könnte ich ihn ja angreifen ja aber da da wollte er sich dann nicht irgendwie die blöße geben ja liebsten mögen die walkies das habe ich zumindest so wahrgenommen die faschismusdefinition von roger roger griffin also palingenetischer ultranationalismus weil man damit relativ reicht jeden nationalisten wenn man die definition jetzt nicht weiter liest sondern nur diesen begriff nimmt jeden nationalisten dann gleich als als fascho bezeichnen kann also das ist meine aber ich halte das für einen nicht sehr glücklichen begriff weil da eigentlich beispielsweise auch die ganzen romantischen national bewegungen des 19. jahrhunderts damit erfasst sind und das ist meines erachtens unangemessen weil das was ganz anderes ist also wie gesagt diese ganzen ganzen jungen mittelosteuropäischen staaten sind natürlich tief geprägt durch halogenetischen nationalismus gewesen ja also rumänien bulgarien slowenien riechenland die sind ja alle im 19 jahrhundert erst zu den eigenen nationalstaaten gekommen und hat natürlich dieses so ein palingenetischer nationalismus ganz zentrale rolle gespielt ja und mit diesem begriff wenn man das verwendet diese definition ist das ja alles mit drin das ist nicht trennscharf na und das ist also ein übergeneralisierter begriff wo man alles was irgendwie dann in richtung patriotisch national nationalistisch oder so weiter geht das ist dann alles faschistisch und vor allem was meines erachtens einfach fehlt was ein wesentlicher bestandteil des faschismus ist es einfach seine antidemokratische stoßrichtung ja und wenn das in der definition nicht mit drin ist dann taugt das für mich nichts ja das ist dann weil das ist doch finde ich ein wesens bestandteil des faschismus der bei der definition mit sein muss und ein und die gerade diese diese romantische romantische patriotismus war ja oft sehr demokratisch auch und republikanisch ausgerichtet ja also deswegen finde ich diese definition eigentlich nicht tauglich zumindest in der art und weise wie sie dann zitiert wird ja wie gesagt ist ja auch noch ein bisschen länger von roger griffin das wird da meistens nicht mit zitiert damit man das möglichst willkürlich auslegen kann aber was ich sehr interessant finde ist dass die walkie sich irgendwie komplett von der marxistischen faschismus definition entfernt haben die ist ja relativ kurz der an der macht befindliche faschismus ist die offen terroristische diktatur der reaktionärsten elemente des finanzkapitals also das ist eine materialistische definition die kann man sicherlich kritisieren aber die walkies die haben sich vom materialismus davon auf die materiellen grundlagen zu schauen auf denen der faschismus eventuell basiert auf die klassen zu schauen auf die er sich stützt das haben sie irgendwie komplett abgelegt sondern es wird in einzelnen reden danach gesucht findet man da jetzt faschistische ideologie drin ohne zu schauen ja auf wen stützt sich der faschismus eigentlich als trägergruppe es ist ein radikaler bruch mit eigentlich der marxistischen tradition ja das weil die 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 gegenwärts linke im grunde genommen idealistisch operiert ja es ist eigentlich ein idealistisches projekt ja und kein materialistisches also gut um das mal ein bisschen klar zu machen radikals interesse stehe ich ja auf mehreren standbein ich meine man muss sozusagen den blick auf die geschichte anthropologisch verankern da gibt es die dreiheit körper geist seele es gibt also eine materialistische geschichte das ist die sozioökonomie es gibt eine geistes und ereignis geschichte das ist sozusagen die die geistige aspekt und da gibt es sowas wie mentalität stil geschichte das ist der seelische aspekt und man muss immer alles drei berücksichtigen wenn man einen ganzheitlichen blick haben will nur mal meinen eigenen standpunkt klar zu machen aber für mich ist auf jeden fall der die sozioökonomische aspekt der geschichte ganz essentieller vor allem auch für die entstehung des nationalsozialismus ich meine das ist ja offensichtlich weil bis zur weltwirtschaftskrise war die war die nationalsozialistische partei eine splitterpartei und mit dieser krise hat sie plötzlich sie plötzlich da in die breite gegangen also es ist ja offensichtlich dass es hier dass die weltwirtschaftskrise natürlich ein essentieller bestandteil der geschichte der macht ergreifung ist ja also das heißt man kommt ja gar nicht umhin sozioökonomisch auch zu denken und ich glaube dass das auch relativ relativ wichtiger bestandteil ist und das einfach zu übersehen ja also ich habe den auch ich habe im gespräch mit leitern bin ich auch darauf zu sprechen gekommen weil ich durchaus auch noch mal wieder diesen diesen ökonomischen aspekt bei der bei der macht ergreifung noch mal herausgestellt habe weil ich das für sehr wesentlich halte auch dann für den antisemitismus und den ausbruch des krieges also dass diese ja ich will mal sagen dieser ultra kensianismus den die den die nazis verfolgt haben dann ja bis an die grenzen des staatsbankrotts geführt haben und na gut müssen wir jetzt nicht vertiefen aber das wollte das hat ihn gar nicht interessiert eigentlich ja hatte ich den eindruck und man geht eigentlich rein ideen geschichtlich damit um also irgendwie die das falsche denken die falschen ideen haben dazu geführt ja was ich für hintergrund was ich eben gesagt habe für relativ unangemessen halt also wir ganz wesentlicher bestandteil wird einfach außen vor gelassen weil na gut müssen wir jetzt nicht vertiefen aber ja du hast definitiv recht also gerade beim nationalsozialismus der große revanche krieg auf denen die gesamte wirtschaftspolitik der nazis ausgerichtet war der war im deutschen im konservativen deutschen bürgertum eher konsens also man wollte rache für versailles man wollte sich mit der weltwirtschaftskrise dann vor allem wo überall die zeugschranken hochgezogen wurden auch einen großen bindenmarkt den man mangels kolonial reich nicht hatte dann militärisch in osteuropa erobern also das waren da überlegungen die nicht nur von den nazis angestellt wurden aber man war halt durch den versailler vertrag durch die rüstungsbeschränkung in der position wo man das nicht tun konnte aber diese überlegungen gab es im gesamten deutschen bürgertum und das hat eben was mit den materiellen bedingungen zu tun die dem deutschen reich durch den vertrag von versailles aufgelegt wurden also das wäre ja jetzt albern das zu ignorieren ja natürlich natürlich ja also auch diese ist also die ganzen katastrophen wer sei dann die inflation ja dann die weltwirtschaftskrise also das ohne das hätte keinen nationalsozialismus gegeben das ist ja völlig klar gut dann der punkt fünf ist die volksbeschämung also was ich was mich halt stört ist die ja dass die die eliten krieg elitenkritik verblasst ja also dass das man so diskurse aufmacht ja und noch immer sind die männer und so weiter und die frauen und was ich also gerade diese dritte welle feminismus ist wenn man einigermaßen ich will mal sagen realistisch auf die gesellschaft schaut und auch ein auch im gesamtheitlichen blick was die lebenswelten anbelangt halte ich das für relativ absurd jetzt noch so so zu behaupten wie das sozusagen zum ersten welle feminismus noch berechtigt war aber dass das ist halt man 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 macht dann irgendwelche diskuss irgendwelche gräben auf ja die was vielleicht gar nicht notwendig wäre also insbesondere diese und diese frage mit mit hautfarbe ich glaube dass die vereinigten staaten das wenn man die letzten jahrzehnte sich anschaut ja doch eigentlich auf einem ziemlich guten weg sind was das anbelangt aber diese problematik ist dann 2020 noch mal hochgekocht worden glaube ich vor allem auch im zusammenhang mit dem wahlkampf der dort stattfand ja aber das letztlich dann nur alte wunden vielleicht aufreißt die vielleicht doch dabei waren feil zu verheilen ja also das ist die frage ob das nicht wirklich hilfreich ist einem die ökonomische schlechterstellung von schwarzen die basiert ja einfach darauf dass sie nach nach der sklaverei und nach diesen vielen jahren in denen es ja tatsächlich eine gesetzlich festgelegte rassistische diskriminierung in den südstaaten der usa gab erst mal kein vermögen hatten was sie vererben konnten und in ärmlichen nachbarschaften aufgewachsen sind und so eine armut vererbt sich über viele viele generationen das dauert extrem lange bis sich die verhältnisse angleichen und die perioden wo die also wo die schwarze bevölkerung in den usa ökonomisch besonders stark aufgeschlossen hat das waren die perioden wo die arbeitslosigkeit am niedrigsten war also beispielsweise die amtszeit von donald trump bis zur coronakrise das war für die schwarze bevölkerung also eine sehr gute zeit also weil sich da die abstände verringert haben weil von niedriger arbeitslosigkeit die gruppen wo die arbeitslosigkeit besonders hoch ist am stärksten profitieren also was auch wieder zeigt dass hier eine universalistische politik wahrscheinlich mehr bringen würde als so eine schwarze identitätspolitik na ja es ist halt so also solche so solche soziologischen probleme zu analysieren das ist alles anderes einfach und auch so vereinfachende ursache wirkungskausalitäten zu behaupten wie struktureller rassismus und so weiter ist also man neigt dort gedent ist groß zu dazu kurzschlüssen ja und was halt auch nicht was dann auch einfach nicht hilfreich ist also wenn man wenn man einen falschen falsche interpretation macht führt das ja in der regel auch dazu dass man falsche maßnahmen ergreift ja und speziell jetzt so was wie sozioökonomischer stand der afroamerikaner es ist meistens eine multikausale ein multikausales geschehen das sind verschiedene aspekte die zu berücksichtigen sind was weiß ich es gibt sowas wie auch mentalitätstradition und so weiter und man kann nicht auf der grundlage dass eine ungleichheit herrscht daraus schließend dass es einen strukturellen rassismus gibt ja sondern dass der beweis pflicht ist sehr viel höher und alles andere als einfach und solche behaupteten fundamentalen strukturellen ungerechtigkeiten die tendieren für mich immer so ein bisschen in der richtung von so at-hoc-hypothesen die man aber nie schwer bis gar nicht widerlegen kann ja und nach der logik müsste jede ethnie die mehr verdient als der durchschnitt quasi bevorzugt werden und ich kann mal googeln welche ethnie in den usa bessere schulnoten bekommen oder mehr verdienen da gibt es nämlich auch ethnie die mehr verdienen als ich sage mal so die weiße mehrheitsbevölkerung und jetzt daraus zu schließen dass die insgeheim die usa regieren würden oder die da irgendwas im hintergrund aufgebaut hätten irgendwelche macht systeme das halte ich dann doch für sehr ja wagemutige erklärungen ja auch kein also niemals ein walker treffen würde aber in bezug auf die schwarzen ist dann du hast gerade gesagt struktureller rassismus plötzlich die erklärung für alles genau also ein anderes beispiel was ich kann mal ganz gern zitiere es ist ja so dass die die populäre musik des 20 jahrhunderts in nordamerika eigentlich etwa zu 50 prozent von schwarzen geprägt wurde ja ist also deutlich über repräsentiert gegenüber dem bevölkerungsanteil würde das jetzt heißt dass jetzt dass es in der popmusik des 20 jahrhunderts in nordamerika ein rassismus zu ungünstig von weißen gab das wäre doch jetzt ziemlich absurd anzunehmen also das würde jetzt ja sicherlich niemand behaupten wollen aber das zeigt eben auf dass es nicht so einfach ist ja und das also wenn man sowas wie ja also wo es ich frage mich auch immer was ist der was ist der lackmus test um wirklich sicher zu stellen dass es eine strukturelle diskriminierung gibt ja weil die einfache konstatierung einer ungleichheit ist reicht meines erachtens dafür nicht aus und mitunter ist es ist es fast so eine art metaphysischer glauben der hier angewendet wird was dann aber auch nicht hilfreich ist ja also da werden dann opfer täter attribuierung gemacht und auch wenn ich dann wenn ich sozusagen jetzt den den schwarzen in der nordamerika immer noch einrede ihr seid rassistisch diskriminiert helfe ich denen damit helfe ich ihnen wirklich oder ist es vielleicht kontraproduktiv ja ja also es gibt ja wirklich theorien wie die kritische rassentheorie die sagen dass die schwarze rasse rassenbewusstsein entwickeln soll race consciousness und das führt glaube ich eher zum rassen hass als dazu dass ich die realen verhältnisse besser ja und zu einem erstarken von echtem rassismus also siehst du das auch als gefahr was dann auf der anderen seite wieder rassismus hochkommt naja was wir jetzt ja gerade sehen dass das jetzt in linken kreisen der antisemitismus wieder ganz im auf auftrieb ist nach nach dem ereignis in oktober zugegeben der nahost konflikt ist sehr schwierig sehr problematisch aber ich glaube das hängt auch mit diesen einfachen identitätspolitischen logiken zusammen und dass man sich dann vorschnell auf eine seite schlägt und dann so gut und böse ja so ein bisschen wie fußballclubs das dann interpretiert was aber nicht hilfreich ist also dass das gerade der nahost konflikt ist natürlich alles andere als einfach also ich würde mich da zu keiner einfachen partei ergreifung hinreißen lassen aber man sieht beispielsweise greta thünenberg sich dann ja eben jetzt wie sie ihr nächstes thema gefunden hat ja dass das ja wie soll ich sagen das damit unter so ein bisschen ja auch moden vielleicht einfach eine rolle spielen ja also gesehen ob jetzt da sozusagen wieder substanzielle rassismen aufkommen aktuell sehe ich das noch so ein bisschen zu ich will mal sagen volatil ideologisch ja aber die aufgabe des universalismus halte ich in der tat für sehr problematisch kritisiere ich auch immer wieder auch in meinem buch weil das ist eine errungenschaft die sehr viel blut gekostet hat ja in der geschichte der neuzeit und ich fürchte dass man eine errungenschaft sehr viel leichter verliert als man sie wieder zurückgewinnt ja was diese also ein ostkonflikt ist dann wieder diese geopolitische naivität und dieses sehr moralische politikverständnis dass man opfer und täter hat bei der ukraine da war da war dieses opfernarrativ dann auf seite der ukraine da hat das der westlichen geopolitik in den kram gepasst im ostkonflikt da ist es jetzt plötzlich andersherum dass das opfernarrativ jetzt auf seiten der palästinenser das heißt es passt der westlichen außenpolitik jetzt eher nicht so in den kram aber da wäre ich mit dem antisemitismus vorwurf auch sehr vorsichtig du hast halt eine sehr starke involvierung der westlichen staaten in diesen konflikt und entsprechend hast du da auch scharfe debatten darüber wie stark man da involviert sein sollte ja das ist natürlich recht also nicht jedes was nicht jede parteiname für die opfer der palästinenser ist antisemitismus völlig klar aber wenn in nordamerika jüdischen studenten der zug zu tritt zum campus für wertbild von aktivisten die ja keine israelis sind ja dann finde ich das schon problematisch ja das ist antisemitismus darüber brauchen wir nicht reden das richtet sich ja gegen juden ich meine nur dass dieser dass da sehr schnell jede kritik versucht wird mit diesem pauschal vorwurf wie war das das da bin ich auch kein bin ich auch kein freund von habe ich ja auch gerade gerade schon gesagt zusammenhang mit den diesen mit der kritik am finanzmarkt kapitalismus ja ja aber ich meine natürlich wenn man sich in richtung identitätspolitik bewegt dann hat man halt auch wieder die ganzen unbild des tribalismus mit dabei ja und dann wird immer so getan ja das ist ja auch anders zu bewerten weil uns geht es ja um die unterprivilegierten also das narrativ der nationalsozialisten hatte mit unter auch antikolonialistischen eine antikolonialistische schlagseite also ja da muss man schon aufpassen ja natürlich also man hat sich gegen den imperialismus der usa und natürlich gegen die jüdisch bolschewistische weltverschwörung das waren also das war ja das rock narrativ aber imperialismus der usa der spielte tatsächlich auch eine rolle gegen den man sich gewährt hat also das in der agitation dort naja also es ist durchaus mal bestürzend mal eine vollständige so vollständige reden von hitler mal auch dran zu hören das ist sehr erkenntnisreich in meinen augen und nimmt auch so manche ich will mal sagen klischees ja oder oder wie soll ich sagen man sieht immer nur so diese 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 dramatischen höhepunkte in den reden ja und und hat so eine art was ich so eine so eine b movie schurken vorstellung vom nationalsozialismus ja das ist ist glaube ich glaube ich da täuscht man sich denn so ein nationalsozialismus wäre damals nicht so erfolgreich gewesen ja ja das ist sehr interessant hitler hat ja in seiner kriegserklärung an die usa auch davon gesprochen dass ruise will eine weltherrschaftsdiktatur plan würde er hat das dann natürlich noch mit vor allem antisemitischen narrativen verpackt aber das war der ganz klare machtpolitische vorwurf an die usa dass die die weltherrschaft haben wollten und deutschland ja nur in europa raumbrennende mächtig werden halten wollen ja ja genau gut müssen wir jetzt nicht müssen wir jetzt nicht vertiefen ich glaube das war der punkt volksbeschämung also oft werden gräben aufgetan wo ich mich frage ob das wirklich hilfreich ist also auch was ich männer auf frauen ja dieses narrativ vom patriarchat ja halte ich auch für sehr fragwürdig also wenn man ein bisschen tiefer blickt in die in die gesellschaft dann dann glaube ich nicht dass man vom patriarchat sprechen kann gut der nächste punkt ist es elitistisch ja also mir kommt das so ein bisschen vor das ist so ein da wird für die für links progressive wird so ein sandkasten bereitgestellt mit so ein paar förmchen wo sie spielen können ja und aber auf eine weise die substanzielle systemkritik verunmöglicht ja und mein beispiel ist immer das institute for strategic dialog als ich das recherchiert habe 2022 für mein manifest das ist so ein think tank ja der irgendwie keine ahnung so philanthropisch demokratie förderung etc so was auf dem programm hat aber der katalog war im grunde genommen der katalog des vulgär sozialismus also gegen rechts gegen islamismus und für was weiß ich lgbtq plus und so weiter also das ganze programm und was sie aber nicht gemacht haben ist dass sie sich gegen linksextremismus positioniert haben obwohl im bord nun wirklich keine linken waren also war auf deutscher seite war roland berger und theodor zu gutenberg und auf britischer seite des britischen adelt so ungefähr also alles andere als irgendwie linke aktivisten die aber seltsamerweise zwar gegen alle möglichen extremismen was haben aber nichts gegen den linksextremismus ja woraus ich schließe dass der scheinbar für dieses klientel nicht wirklich bedrohlich ist ja wenn du willst dass es mehr schwarze milliardäre gibt aber du an der vermögensverteilung nichts ändern willst dann ist das da schon vorteilhaft für diese gruppe würde ich sagen aber darüber hatten wir ja schon gesprochen ich glaube wir brauchen jetzt nicht jeden punkt zu lange ausführen sonst ich glaube drei stunden wollen wir nicht machen nee genau also das nächste ist ich werfe ihm vor seelenlosigkeit das ist natürlich so ein bisschen schwieriger begriff was meine ich damit ja es ist im grunde genommen auch wenn dann halt so diese woke ideologie in filme einzug hält und das führt halt dazu dass ich ja irgendwie dass das unbekannte geheimnisvolle unbewusste nicht mehr keinen raum hat das wird alles sozusagen dann ausgeleuchtet mit den scheinwerfern des verstandes und ähm es fehlt so ein bisschen ja dass das gespür für das oder das der sinn für das luminose auch das unbekannte ja also es ist so ein so ein so ein was das anbelangt ein bisschen auch ein vermessenes denken was dann vor allem im zusammenhang mit dem kunst schaffen äh eher kontraproduktiv ist ne bist du dafür ein beispiel naja also ich äh ich also eine der auf den ich jetzt auf jeden fall verweisen kann ist popcorn loft der youtube kanal kennst du den machen so machen so kinokritiken die bringen das sehr gut auf den punkt ich bin jetzt nicht der große szenarst aber kann jetzt von von einem film äh mal erzählen wo das wirklich auch so war wo einfach innerhalb der nächsten drei minuten im gründungum klar war wieder wieder plot sein wird man kann das konnte das praktisch war malen nach zahlen nach dem parteiprogramm der spd also es ist einfach so politisch korrekt gewesen dass ich mir gesagt habe ja okay und das ist dann einfach uninteressant ja das sind dann uninteressante handlungen ja also da war es war wie rahmenhandlung war so ein so ein reicher juppi hat dann irgendwie unfall ist dann erst mal querschnitts gelähmt und macht dann halt so eine macht dann so eine bildungsentwicklung durch macht dann irgendwie mit mit so mit so behinderten beeinträchtigten menschen so einen ausflug und so weiter da gibt es so eine oberpflegerin die dann die die moralische guvernante ist in dem ganzen alles so alles so erkennbar halt gewesen ja und alles eben im sinne der politischen correctness dass das dann einfach langweilig ist ja in meinen augen ja definitiv ich glaube filme sind das eindrücklichste beispiel da erinnere ich mich auch noch eine kritik von wolfgang schmidt die schon länger her ist da hat er sich über diese regeln bei amazon aufgeregt dass schauspieler nach ethnischen kriterien ausgesucht werden müssen und aus jeder minderheit aus den usa dann die zu einem bestimmten proporz vertreten sein muss und amazon den film ansonsten nicht fördert und das ja das tötet letztlichen schauspieler beruf so das hat er dann da sehr lange ausgeführt und sich dann total aufgeregt darüber und ja das sehe ich genauso also das sieht man jetzt auch in den filmen wenn er jede minderheit einmal vertreten ist und die dann auch noch so dargestellt werden muss wie das einer bestimmten worgen ideologie wieder entspricht dann ist das wie du gerade schon gesagt das vorhersehbar wenn du schwarzen charakter hast dann darf er auf jeden fall keine klischee haften schwarzen charakteristika haben die in den usa früher verwendet wurden und dementsprechend hat er dann jetzt neue andere klischeehafte charakteristika die häufig sehr sehr nervtötend sind ja das ist dann malen nach zahlen also oder auch noch ein weiteres beispiel was ich hier nennen will das war auch mal so ein bisschen beim stefan bartonek diskussion von der der so auch so clinch mit dem sinan und da ging es dann irgendwie um south park ja und dann sagte stefan ja wir können doch hier south park schauen und so weiter weil sie dann irgendwie gemeint hat also so humor im sinne von south park der ja auch oft ein bisschen unkorrekt ist und derb und so der soll doch möglich sein da würde ich mal einwenden ja wir können zwar bei uns south park schauen aber die frage ist haben wir die kulturschaffenden die south park hervorbringen würden in europa und in deutschland und ich muss ganz ehrlich sagen ich fürchte nein und ich glaube weil die leute zu wenig geistige freiheit haben weil sie zu viele scheren im kopf haben ja also diese radikalität der satire ist fürchte ich in deutschland nicht möglich und da spielt meines erachtens tatsächlich das sehr viel radikalere verständnis von meinungsfreiheit oder sehr viel fundamentalere verständnis von meinungsfreiheit in usa eine ganz entscheidende rolle dafür in der stelle ich glaube jetzt neunter punkt war soziologisch anti emanzipatorisch ich meine der punkt wird ja erstmal seltsam denn die walkie sie sagen ja von sich selber dass sie die emanzipation der jeweiligen opfergruppen erreichen wollen dadurch dass sie identitätspolitik betreiben du sagst jetzt aber es passiert durch diese politik letztlich genau das gegenteil nein es ist ein ein anderer aspekt den ich damit benenne es geht darum dass ich den eindruck habe dass das eine generation ist die ich so grob umschreiben würde mit den kindern der grünen ja die im grunde genommen häufig aus so neubürgerlichen haushalten stammen die sozusagen rot grün gesonnen sind dann waren sie da auf der schule da waren rot grüne lehrer dann sind sie auf den unis die studieren irgendwas kultur nahe ist da mit einem rot grünen lehrkörper ja das heißt es sind milieus oder wir haben in der gegenwart ein milieu mit einer ideologischen gleichförmigkeit die geradezu erstickend ist und was die eigene biografie anbelangt hat sich diese generation noch von überhaupt gar nichts emanzipiert ja also jede eigentlich führt ja jede generation irgendwo so einen kampf um selbst behauptung um ja wie soll ich sagen abgrenzung von der elterngeneration und so weiter ja und das führt dann auch zu neuen ideen zu neuen einstellungen und ich glaube dass diese diese junge generation der vulgär sozialisten im grunde genommen davon weiter entfernt ist wie schon viele generationen vorher nicht mehr ja das ist einfach also ich glaube dass es tatsächlich auch bei den diesen protagonisten auf twitch so ist ich meine mich erinnern zu können dass sowohl der der neitan als auch der dekaldent als auch der der darer dass die im grunde genommen sozusagen grüne eltern haben mit denen sich prächtig verstehen ja das mag jetzt hier ein bisschen anekdotisch sein und ist jetzt sicherlich jetzt auch jetzt kein jetzt in dem fall kein schlagende schlagender beweis aber das ist illustriert so ein bisschen das was ich meine und daher kommt auch daher kommt auch dieses quasi religiös bekennerhafte weil das ist nicht erarbeitet das ist nicht erstritten ja das heißt man hat wirklich man hat das praktisch mit der muttermilch aufgesogen und hat es aber sich nicht erkämpft ja und das meine ich mit soziologisch an thema zu also es hat keine persönliche emanzipation zu diesen standpunkten stattgefunden meinst du wenn sich die politischen verhältnisse hierzulande ändern dass ein großteil der anhänger das dann nicht mehr propagieren würde oder meinst du dass das jetzt so tief drin ist dass sie sich dann dass sie dann die rebellion quasi wagen wird das ist eine gute frage weil dieser muss sagen diese dieser vulgär sozialismus oder bestimmte spielarten des links progressivismus bieten einfach noch was was eigentlich keine andere weltanschauung in dem maße bietet nämlich ein ganzheitliches weltbild ja ganzheitliches welt und menschenbild was vergleichsweise kompakt ist ja was eine gewisse sinnorientierung in der welt bietet was mit dem menschenbild einher kommt das heißt das ist ja die große stärke auch von dem denken ja und hängt meines erachtens auch damit zusammen dass wir in unserer westlichen abendländischen kultur was was grundlegende fragen wie was ist der mensch et cetera anbelangt wenig verbindliche antworten haben ja das und deswegen sehe ich auch noch nicht dass sich jetzt innerhalb der wenigen weniger jahre da was fundamental ändert ich glaube wir sind in einer art pat situation was auf jeden fall nicht mehr so gegeben ist wie noch vor sagen wir mal 30 jahren dass es irgendwie einen halbwegs einen größeren konsens darüber gibt was fortschrittlichkeit heißt wohin sich unsere gesellschaft entwickeln sollte das ist glaube ich unklarer denn je ja vielleicht so unklar wie seit dem zweiten weltkrieg nicht mehr ja und so gesehen sehen wir eine zerfaserung einer einer eines kulturellen paradigmas in der gegenwart ja so würde ich das einschätzen ja das ist jetzt eine frage die weiterführt die können wir vielleicht mal nach dem zehnten punkt klären ich glaube jetzt kannst du zum zehnten punkt der zehnte punkt ist ja das ist ein bisschen anekdotisch wahlverwandtschaft zu neurotizismus narzissmus und depression und hass ja ist natürlich habe ich auch gesagt dass das ein bisschen anekdotisch ist aber ich glaube da ist schon was dran also der eine oder andere zwitsch streamer kommt mir schon relativ unentspannt und hasserfüllt vor ja was dieses was diese bubble anbelangt ja es ist natürlich ein 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 verbrämter hass irgendwo der sozusagen dieses gutmenschliche männlichen hat ja und aber dadurch dass halt und das ist auch hängt mit dem achten punkt zusammen den wir ausgelassen haben ich habe gesagt das ist regressiv nicht progressiv dadurch dass es sich sehr stark gegen etwas richtet ja hat es ja sehr viel potenzial zur negativität auch ja es ist ich erinnere mich glaube ich mal dass das neid hat mal versucht irgendwie seinen standpunkt zu formulieren seinen politischen und das war immer ich bin gegen das ich bin gegen das ich bin gegen das ich ja und das ist das ist ein eine geisteshaltung die halt abwehrend ist auch irgendwo ängstlich ist und die vor allem etwas bekämpft vor allem fehler vermeiden will ja und das geht halt auch mal in so eine neurotische richtung ja also es ist nicht ich meine es gibt jetzt hier nicht die die positive vision die man von der zukunft hat die verfolgt wird sondern man will vor allem etwas bekämpfen ja ich merke schon die ist das nicht so sympathisch aber sorgt das nicht dafür dass diese ideologie politisch sehr effektiv sein kann denn wenn man klar weiß wo der feind steht und was man auf jeden fall nicht will man doch viel besser bekämpfen oder ja das ist kurzfristig durchaus erfolgsversprechend ja und langfristig langfristig glaube ich nicht also ich glaube dass so was läuft sich tot also das sind auch das ist sowas wie ja es gibt immer mal wieder zu zustände in der kultur wo hauptsächlich so regressive mechanismen wirksam sind was weiß ich diese das erstarrte großbürgertum ende des 19 jahrhunderts oder die ja die restauration anfang des 19 jahrhunderts ja also es gab immer wieder so zeiten in der hauptsächlich eine erstarrte wertigkeit sich sozusagen gegen etwas neues verteidigt hat wobei noch nicht richtig klar ist was das neue eigentlich ist ja und ich glaube dass wir das heute im grunde genommen mit dem kulturellen paradigma der 68er oder der der ja das ist ich will mal sagen westlichen links liberalismus zu tun haben ja was nicht heißt dass es nicht auch sowas wie also links ist ja für mich auch irgendwo was universelles was es immer auch geben wird in der einen oder anderen form aber die spezifische form wie sich das ende der 60er jahre dann doch ja ich will mal sagen kanonisch geworden ist das ist dabei ja entkernt zu sein zu erstarrt zu sein und das ist das ja verliert sozusagen an kraft das ist glaube ich schon so was meinst du wird danach kommen gute frage also ich bin ja als radikaler zentrist habe ich natürlich eine antwort formuliert was für mich ein ganz ganz großes anliegen ist ist die anthropologische frage also was ist der mensch ja ich glaube da haben wir unglaublichen nachholbedarf ich habe die vision von einem einer politischen philosophie wie anthropologisch fundiert ist also die sozusagen mit einem vergleichsweise nicht trivialen menschenbild einher kommt ja wir operieren ja mit im politischen diskurs mit im grunde ganz einfachen konzepten was der mensch anbelangt homo sozialistikus das ist alle menschen sind gleich und differenz institutionalisation oder der der homo ökonomikus ist ein ähnlich primitives menschenbild aber das ist natürlich so so holzschnittartig dass das natürlich nichts taugt ja ich meine ich der erste ansatz ist habe ich ja schon ein bisschen angedeutet den menschen als leibliches geistiges und seelisches wesen zu verstehen aber das ist natürlich nur eine aller allererste annäherung aber die reicht schon aus beispielsweise um unsere coronapolitik zu kritisieren denn dort hat man sich von 20 bis 22 ja praktisch ausschließlich auf diesen leiblichen aspekt des menschen fokussiert und hat gar nicht gesehen was für seelische und geistige schäden man anrichtet ja ja also du hast eine antwort formuliert aber du bist ja jetzt nicht so der politisch relevante akteur was ist am wahrscheinlichsten wodurch dieses linksliberale paradigma was er jetzt kulturell über die letzten 50 jahre auf jeden fall hegemonial war wodurch das ersetzt wird das ist eine gute frage also ich glaube wir sehen wir sehen aktuell sowas wie eine häutung des parteien wesens auch mit also ich habe lange zeit diesen 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 schlagwort begriff der afd der altparteien so ein bisschen als propaganda abgetan aber mittlerweile mit dem bsw sehe ich jetzt dass wir eine zweite wenn man so will neue radikale partei auch haben und ich glaube dass wir möglicherweise uns hier in so einer art häutungsprozess gerade befinden ja also das was dem noch entgegen steht ist dass die unions partei noch vergleichsweise stark ist aber ich meine die spd ist ja schon im grunde genommen nur noch ein schatten ihrer selbst die fdp eigentlich auch also ob die fdp sich noch mal erholen wird halte ich für fraglich ja wobei es natürlich auch wiederum sehr bedauerlich wäre wir gar keine liberale partei mehr hätten aber ich meine die fdb erfüllt auch dieses kriterium eigentlich nicht mehr wirklich oder diesen anspruch ja es gibt ja andere europäische länder die bei diesem häutungsprozess schon wesentlich weiter sind wie frankreich in frankreich haben wir einen rechten block einen neoliberalen block der mittlerweile immer mehr an sympathien verspielt also der block der macron stützt und einen linken block und bei der nächsten wahl da könnte dann in frankreich zumindest richtungsentscheidung anstehen durch die präsidialdemokratie die die da haben müssen sich die wähler dann ja für eine richtung entscheiden und dann könnte es sein dass frankreich entweder weit links stehenden oder weit rechts stehende präsidenten bekommt ja 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 das stimmt ich glaube auch dass in in deutschland durch die geschichte gewissermaßen dieses dieser staatstragende links liberalismus noch deutlich stärker zementiert ist ja dass wir oder nicht ja also das ist das ist glaube ich einfach allerdings müssen wir da aufpassen dass wir da als deutschland nicht eine völlige sonderrolle annehmen also da dass wir da gewissermaßen dem zeitgeist hinterher hinken ja also wird spannend zu sehen also man kann letztlich nur spekulieren ich glaube das brauchen wir jetzt nicht weitermachen du hast da einige interessante gedanken beigetragen aber jetzt kommen wir mal zurück mit zu den gesprächen die du hier auf twitch geführt hast wie nimmst du denn diese diese ja walker twitch szene war und welche kritikpunkte die du eben ausformuliert hast siehst du hier am stärksten vertreten und welche sind hier ja nicht anzutreffen also gute frage also was man natürlich schon ganz klar sieht ist dieses harte schwarz weiß ja und diese doch dann sehr vereinfachten attribuierungen ja also wenn man dann sozusagen dem harten sozialistischen standpunkt zur transsexualität oder intersexualität oder eine transsexualität gibt noch einen anderen begriff fällt mir jetzt nicht ein wenn man den nicht vertritt dann ist man gleich ein transfeind alles wird dann da gleich der feind ja das ist natürlich eine sehr ja wie soll ich sagen fast schon karikaturhafter gnosticismus ja und das sehe ich also relativ stark ausgeprägt auch dieses dieser inflationäre gebrauch des faschismus begriff das ist auch etwas was nur kurzfristig funktioniert ja und was ich auch für für gefährlich halte weil man da natürlich sachen dann auch weg weg drückt die aber eigentlich mit faschismus gar nicht so viel zu tun haben und ja das sich relativ stark ausgeprägt und auch dieses regressive also dieses vor allem gegen etwas sein ja weil das das für das trägt auch nicht also ich 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 gut ich meine ich habe auch einen youtube-kanal ich mache natürlich auch kritik aber wenn ich kritik über dann versuche ich mich auf die politische klasse zu konzentrieren auf die herrschenden auf die eliten ja und was aber man bei bei so diversen streamern sieht dass sie sich dann auch vergleichsweise kleine leute rauspicken diese dann irgendwie versuchen ideologisch zu zerlegen und das ist dann mitunter so ein treten nach unten was für mich auch mit mit ich will mal sagen im kritischen mit der kritischen einstellung auch nichts zu tun hat ja ja da macht man also ein bisschen den böbermann macht ich meine böbermann hat das ja auch vorgemacht da irgendwie gegen marie louise vollbrecht zu kalt oder gegen irgend so einen bienenzüchter ja den er dann sogar vor 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 das gericht zerrt hast du mitbekommen ja das habe ich mitbekommen ja also das ist doch ziemlich armselig ja und ja das 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 hat doch nichts mit irgendwie freiheitlichkeit emanzipation oder sonstwas zu tun also das ist ein völliger selbstwiderspruch im grunde genommen das ist ein total autoritäres vorgehen und kleinliches vorgehen man ist im grunde genommen genau das gegenteil dessen was man predigt ja ja was heißt was man predigt man sagt ja man ist für opfergruppen und alle die gegen diese opfergruppen sind die gehören dann aus dem kurs ausgeschlossen weil sie ja diese opfergruppen beschädigen wollen beziehungsweise bei trans menschen ist ein gutes beispiel da wird dann gesagt jeder der das selbstbestimmungsgesetz kritisiert wer will eigentlich alle trans menschen tot sehen ja so ungefähr ja das ist dann das ist dann so die die der wilde die existenz nicht anerkennen da werden also so ziemlich durchschaubare rhetorische tricks gemacht ja wenn man sozusagen eine eine selbst identifikation nicht voll zu 100 prozent zustimmt ja dann will man die existenz auslöschen das ist ein völliger quatsch also das ist wirklich also sollte man eigentlich nicht ernst nehmen ja ja und das entspricht vollkommen meiner erfahrung was du da mit diesem klaren freund feind denken beschrieben hast also ich hatte bisher einige gespräche schon mit diesen walkies und in der mehrheit der fälle wurde versucht nachzuweisen dass ich ein ganz ganz böser rechter bin und eigentlich leitern hat so formuliert hitler an die macht bringen wolle also dass ich weiß auch nicht wie er darauf kommt auf jeden fall das ist so mehr oder weniger der tenor der dann kommt und oder wenn man irgendwelche rechten figuren wie höcke wie selner wenn man die wenn man versucht versucht sich die position anzusehen und differenziert sagt okay die position finde ich gut die finde ich nicht so gut dann heißt es gleich verteidigst höcke du verteidigst selner oder sagt man würde man sollte gespräche mit ihnen führen dann kommt dieser wie du es beschrieben was quasi religiöse eifert diese figuren wurden quasi in den medien als der teufel höchst selbst gezeichnet und dieses bild affirmiert man verstärkt es sogar noch mal nimmt es komplett auf und jeden der sagt im moment mal die sind nicht der teufel die haben positionen die kann man kritisieren der wird dann auch so angegriffen ja ja also im grunde genommen also macht man da sozusagen die schmutzarbeit der ich will mal sagen einer einer doch sehr eliten nahen medienlandschaft imitiert man praktisch in der alternativen szene also es ist sozusagen das schlechte aus zwei welten also die es ist sozusagen man macht den jan böhmermann von armen also nicht für armen sondern von armen ja ohne sozusagen das entsprechend vom system entlohnt zu werden macht man aber trotzdem die gleiche arbeit irgendwie ja das bin ich dann schon recht lustig also weil ich also ich muss nicht ich habe meinen youtube-kanal nicht um das zu erzählen was bei marcus lanz erzählt wird oder was in der tagesschau erzählt wird und was im monitor erzählt wird dafür habe ich meinen youtube-kanal nicht ja also mein anspruch ist es tatsächlich auch inhalte zu geben die ein bisschen sand im getriebe sind und das führt natürlich wenn wir eine rot grüne regierung haben führt das natürlich so dass man dass es manchmal so aussieht als wäre dann man wäre man dann sozusagen irgendwie rechten positionen verstärkt zugeneigt aber das sehe ich für mich nicht so also ich habe auch schon mit irgendwelchen afd sympathisanten starke diskussionen bezogen der bedeutung von sozioökonomischen fakten fakten faktoren geführt ja also ich möchte mich damit keinem lager voreilig gemein machen aber man wird dann immer so dargestellt als würde man dann zum anderen lager gehören ja also das die erfahrung habe ich auch schon gemacht aber ich finde wenn man von allen lagern was auf den deckel bekommt dann ist man eigentlich an richtigen ort das ist meine mein radikaler zentristischer stand und es ist auch tatsächlich so gewesen also ich werde nicht nur aus einer seite kritisiert siehst du diese starke schwarz weiß zeichnung auch auf der rechten seite es kommt darauf an also es ist schon so dass es auch rechts ist also klassizistische narrative auch auch gibt da aber die politische rechte sozusagen im politischen mainstream gewissermaßen diskriminiert oder unterrepräsentiert ist ja ist man dort naturgemäß insgesamt gesprächsbereiter was nicht heißt dass dass es dort nicht auch so ein klassizismus auch geben kann ja also es gibt schon auch da auch ich will mal sagen eher geschlossene kommunikationsstrukturen wo man auch relativ hart ideologisch unterwegs ist ja stichwort telegram stichwort discord und so aber weil man sowieso in der schwächeren position ist kann man sich das gar nicht so erlauben würde ich sagen was nicht heißt dass wenn eine rechte dann sozusagen hegemonial werden würde dass sie dann nicht genauso operieren würden auch also dass es ist halt immer so dass was hegemonial ist ja und wir haben wenn man so will so einen staatstragenden links liberalismus mit humanistischem universalismus nato treu und so weiter also das ist halt das staat das sozusagen dass der mainstream ja und der mainstream zieht halt immer auch die mitläufer an die leute die nicht so die besten intellektuellen qualitäten haben ja das ist aber immer so dass es egal was hegemonial wird werden sich da entsprechende leute auch sammeln da sind dann immer die mitläufer dabei und so weiter ja ist halt so ja das das stimmt sicherlich das heißt bewegungen die eher oppositionell sind die also die sortieren dann eher mitglieder die das nur aus karrieristischen gründen machen aus also das meinst du jetzt damit ja ja natürlich also das sind dann auch tendenziell natürlich eher stärkere charaktere zu finden ja weil weil natürlich ist ja mehr kraft notwendig ist gegen den mainstream zu schwimmen als mit dem mainstream ja sicherlich ich hatte ja schon am anfang gefragt ob du meinst wenn jetzt sich der wind drehen würde und wir keine ahnung ne afd cdu regierung mit der bundeskanzlerin alice weide kriegen ob die walken streamer dekaldent und so ob die dann immer noch das prädigen würden was sie jetzt prädigen ich glaube es gibt da schon überwirkungstäter aber ich glaube es gibt auch opportunisten ja aber wer was ist wirklich jetzt keine keine vermutung brauchst du auch nicht so war ja nur eine frage wie groß ist da der anteil denn bei diesen walken streamer da gibt es echt viele das ist das ist mir auch letztens wieder aufgefallen also ich habe letztens zwei neue walken streamer die vorher überhaupt nicht kannte die auch gar nicht so klein sind gefunden die auf mich reagiert haben das ist das wurde anderen von zuschauern immer so zugeschickt das ist total interessant wie die überall aus dem boden sprießen also da gibt es anscheinend so ein großes potenzial von einem eher akademischen einem eher jüngeren milieu das auf twitch streamt und das dann geologisch so ziemlich immer dieselben positionen und immer dieselben denkmuster vorträgt na ja es ist halt wir müssen das eigentlich verstehen als eine weltanschauung als eine quasi religion es ist ein schau wir leben in was weltanschauung was orientierung nach werten und so weiter anbelangt in sehr schwierigen unsicheren zeiten ja und so ein geschlossenes weltbild gibt ja einfach eine gewisse sicherheit ja da ist schau da ist ein rudimentäres menschenbild mit drin da ist sowas wie ein sinn mit drin es geht um darum immer progressiver zu werden sozusagen gesamtgesellschaftlich das das hat schon was attraktives kann das schon nachvollziehen dass man so tickt und vor allem ist ist es relativ instant sag ich mal also wie so eine tütensuppe die du aufreißt ins wasser tust und dann hast du was ist es relativ mit relativ geringem aufwand verbunden ja also schon wie soll ich sagen eine substanzielle historische bildung führt ja dazu dass man sachen oft auch so ein bisschen anders einschätzt als in diesem weltbild aber braucht man ja gar nicht wenn man eben diese instant instant weltanschauung hat ja und diese totale moralisierung aller politik bereiche die ist da auch sehr interessant zu beobachten denn diese moral die ist ja sehr klar du hast es schon gesagt sie ist regressiv sie richtet sich vor allem gegen etwas und wie gesagt also dann es wird nicht mehr über interessen gesprochen sondern es geht nur noch darum diese eine moral durchzusetzen und damit weiß man auch klar wo die feinde stehen hast du den vortrag gesehen wo leitern das genau aufgeschlüsselt hat ja ja also diese diese ich habe den irgendwie vogue code geknackt oder irgendwie sowas oder anti vogue code irgendwie sowas dieses referat von der stunde länge ja das war alles sehr interessant also wenn du jetzt das ganze framing rausnimmst und wirklich nur den kern betrachtest dann hat neitern ja gesagt wir postulieren hier opfergruppen und wenn wir uns auf deren seite stellen dann sind wir auf der moralisch richtigen seite und danach sollten wir handeln und dementsprechend kann man dann auch jede gruppe quasi zu einer opfergruppe postulieren und steht dann wenn man sich vermeintlich für diese gruppe einsetzt auf der richtigen seite ich habe zum beispiel bei neidern letztens auch gelernt dass autisten eine marginalisierte gruppe sein sollen also auch da hätte ich gerne mal ein beleg wo es da überhaupt welche messbaren unterschiede gibt und dann zweitens inwieweit das an einer marginalisierung oder so liegt aber das ist ja auch so sind gruppen erst mal vielleicht marginal ob sie marginalisiert sind das wäre ja auch noch zu beweisen ja also nur weil sie irgendwie klein ist heißt ja nicht dass sie marginalisiert ist ja das meint marginalisiert ja nicht frauen sind ja auch eine marginalisierte gruppe laut der wolken ideologie obwohl sie die mehrheit der bevölkerung stellen also das marginalisiert heißt ja nicht dass die gruppe marginal ist sondern das heißt dass sie in irgendeiner form benachteiligte beziehungsweise an den rand gedrängt wird normalerweise macht man schaut man sich dann benachteiligen um justizsystem oder einkommensdifferenzen an also da wird beispielsweise gesagt die schwarzen in usa wir hatten es wollen haben geringes durchschnittseinkommen als weiße bekommen für die gleichen straftaten höhere strafen also sind die schwarzen eine marginalisierte gruppe inwiefern es bei autisten überhaupt eine messbare ungleichheit gibt die würde ich gerne mal sehen und zweitens liegt das dann an der marginalisierung oder ja in anderen gründen aber genau das sind dinge die die kann man einfach postulieren und alle nehmen das und wenn das jemand kritisiert dann ist der plötzlich feindlich einem gegenüber also es ist halt so dieses dieses moralisieren hat ja zwei vorteile das erste ist man hat dadurch einen starken hebel in der hand also wenn man es irgendwie schafft ein moralisches argument vorzubringen in einer weise am besten noch mit irgendeinem vergleich mit nationalsozialismus dass er praktisch kategorisch nicht widerlegbar wirkt ja dann hat er nicht man fertig ja also man hat einen starken man hat einen starken hebel wenn man den weiß richtig anzusetzen und man drückt sich um eine um eine analyse ja ja und ich von der von als radikaler zentrist habe ja die devise ausgegeben die moral soll das letzte nicht das erste wort haben und deswegen in meiner ideologie gibt es so ein schema mit vier ebene betrachtung die materielle die funktionale die intentionale und dann die normative ebene und die erste letzte die vierte ebene die man betrachtet ja da geht es dann um moral ja und eins vorher geht es um interessen ja und also ich speziell auch diese diskussion um inter dieses nüchterne benennen von interessen halte ich für so extrem wichtig im politischen diskurs weil weil es erstens einfach der realität des politischen entspricht und weil es auch darum geht irgendwo zu lösungen kompromissen zu finden also beispielsweise im ukraine konflikt ja wenn ich da immer nur rein moralisch drauf schaue ja dann bleibt nur der totale krieg ja bis zum letzt bis zur letzten patrone bis zum letzten soldaten ja was anders ist dann nicht meinst du nicht dass diese moralisierung auch so ein problem ist was liberale politik immer schon hatte ich fand das sehr interessant als ich mir die reden zum beziehungsweise die begründung der staaten die in den ersten weltkrieg eingetreten sind angeschaut habe wenn sich die rede von kaiser wilhelm anschaut und das was us politiker erzählen als die usa da 1917 im ersten weltkrieg eingetreten sind dann sind da doch interessante unterschiede zu sehen also der deutsche kaiser sagt dann natürlich der feind überfällt uns wir müssen zu den waffen bla 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 aber er begründet relativ vernünftig also was heißt vernünftig er begründet relativ sachlich dass österreichs ungarns position als großmacht bedroht sei und deutschland dem jetzt zu hilfe eilen müsse also er sagt nicht wir verteidigen hier europa gegen die barbaren oder wir machen das hier aus moralischen gründen sondern es werden relativ klare politische gründe benannt und wenn man sich dann links erklärung der usa an also beziehungsweise was amerikanische politiker dann noch dazu gesagt haben dann ist da häufig die rede das davon dass man ja in deutsch also dass man sich in europa in europa für den frieden und für die demokratie einsetzen müsse das sind genau wie heute die narrative auch sind ja und das halte ich halt für so einen moralisch verbrämten liberalen imperialismus wo man nicht sagt wir kämpfen für unsere interessen sondern wir kämpfen hier für freiheit für demokratie für menschenrechte was man sich dann auch immer aus den fingern saugt wenn man nicht klar sagen will wir wir vertreten unsere interessen und meinst du also deswegen meine frage meinst du nicht dass das so ein grundproblem liberaler politik ist dass da immer diese moralisierung mitschwingt wer da magst du recht haben also ich denke gerade danach auch die 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 römische republik also das römische reich hat ja die die ein den wichtigsten teil der expansion ja als republik vollzogen und da gab es ja auch diesen begriff des bellum justum ja also des gerechten krieges und das sozusagen republiken in republiken ist besonders wichtig ist den krieg als eine moralische notwendigkeit darzustellen vor vor sozusagen den allerhöchsten werten schlechthin ja und das speziell bei den usa die haben da ja durchaus auch eine tradition beispielsweise der bürgerkrieg ne also der bürgerkrieg der usa da ging es natürlich primär auch um interessen weil einfach die südstaaten die nordstaaten relativ verschiedene ökonomische interessen auch hatten aber es wurde dann eben von der propaganda des nordens vor allem auch als einen krieg gegen die sklaverei verkauft ja und als dann der die südstaaten ja besiegt waren gab es also auch eine ganz scharfe ich würde mal sagen moralistisch rigoroses regimen moment gegenüber den südstaaten mit irgendwelchen ja keine ahnung bekenntnis notwendigkeiten und säuberungs notwendigkeiten also so ein bisschen was so nach vorläufer der in nazifizierung ja also also de facto eine militärdiktatur so kannst du es also das das war ja in den südstaaten dann zumindest einige jahrelang der fall aber auch mit sozusagen so einem so einer bekennerhaft moralischen säuberung also nicht nur eine ausübung dann der tatsächlichen macht sondern auch mit einer mit einer moralisch geistigen note des ganzen ja bei den usa das ist tatsächlich ein gutes beispiel für so einen modernen liberalen imperialismus auch als die usa erstmals über ja über amerika hinaus expandiert sind und spanien seine letzten kolonien geklaut haben im spanisch amerikanischen krieg ende des 19 jahrhunderts da hat man dann vor allem der eigene bevölkerung das so verkauft dass man beispielsweise in kuba wo man dann pro amerikanische marionetten regierung hingesetzt hat dass man dort eigentlich die demokratie eingeführt hat und den kubanern freiheit und das andere gegeben habe also 150 jahren das gleiche narrativ wenn du so willst ja und ich will das gar nicht so sehr auf die usa münzen sondern das also du hast gerade die romische republik genannt man könnte auch das weitertümliche athen nennen wenn man sich die reden des perikles zu beginn des peloponesischen krieges anschaut dann ist da auch ein extremer moralismus im sinne von wir sind die größten wir kämpfen gegen das rückständige sparta und wir führen überall die demokratie ein die die überlegende staatsform für alle ist also ein imperialismus der letztlich ökonomischen interessen dient im peloponesischen bund da hatte peloponesischen was sage ich da für einen schwachsinn im artischen seebund da war athen halt die großmacht und hat große tributzahlen von allen anderen städten erhalten aber man hat das der eigenen bevölkerung dann so verkauft im sinne von wir führen hier unser überlegen das unser demokratisches system an naja es ist so dass also mitunter habe ich das schon bezüglich des athenischen imperialismus so gelesen dass das ja auch dass das ja irgendwie doch ein bisschen verstörend sei dass also ausgerechnet dieses oligarchische sparta dann wie gewissermaßen der die verteidigerin der freiheit wahrgenommen wurde und die athener zunehmend auch als er gewohnt wahrgenommen wurden aber wir dürfen doch folgendes nicht vergessen die staatsform die am besten dazu geeignet ist imperien aufzurichten sind ja die republiken weil um ein imperium sozusagen zu führen brauchst du ja ein ein personal und dieses personal ist am besten in dem was es tut wenn es an die eigene sache glaubt ja und auch eine gewisse freiheit besitzt und also allein durch befehl und gehorsam funktionieren solche imperien nicht und drum waren wenn man sich das anschaut das römische imperium begann als republik das britische empire hatte diesen republikanischen aspekt das amerikanische imperium und auch der artische seebund also das sind vier beispiele für republikanischen staaten die halt besonders gut darin waren imperien zu errichten und da gibt es schon einen inneren zusammenhang weil wenn du einen stark hierarchischen und stark autoritäre staatsform hast dann bist du hauptsächlich damit ja beschäftigt diese innere hierarchie aufrecht zu erhalten und hast gar nicht so viel kapazität für den imperialismus ja ja das das ist generell eine entwicklung die europäischen staaten die um die größten kolonialreiche konkurrierten im 19 jahrhundert das waren ja innerlich alles republiken die sich also auf dem europäischen kontinent darum stritten wer die modernste wer die demokratische staatsform hat aber in ihren kolonien ja wirklich grausame regimente einführten also das sind zwei dinge die passen doch sehr sehr gut zusammen und im falle der usa ich hatte es schon gesagt da hat man nicht mal mehr gesagt wir haben kolonien da hat man gesagt so das sind jetzt unabhängige staaten wenn die regierung uns da nicht passt dann intervenieren wir da kurz aber sonst sind die unabhängig also das ist doch sehr interessant ja und die trantypigen deutschen haben das nicht richtig gecheckt und als es da gecheckt haben sie das in eine sehr grobschlechtige ideologie gepackt aber zu einem zeitpunkt als die sache eigentlich schon wieder weitgehend durch war also als eigentlich die die zeit des kolonialismus eigentlich schon um war ja also sehr sehr ironie der der geschichte hier für aus unserer sichtweise ne ja da sind wir tatsächlich jetzt etwas vom thema abgekommen und etwas in die geschichte gegangen aber dieses dass das so ein grundproblem liberaler politik ist deswegen glaube ich dass bei dieser walken ideologie oder reger sozialismus wie du das nimmst dass da doch etwas mehr liberalismus drin steckt drin steckt als du nur in einer ursprünglichen definition gesagt hast naja das kann schon sein also ich meine ich habe jetzt in meinem video das eine halbe stunde habe ich mal zusammen geschrieben was mich stört das ist jetzt keine keine kein substanzieller essay von mit wissenschaftlichem anspruch wenn man sich das genauer anschaut wird man das natürlich auch schon sehen und natürlich haben auch die woken einen freiheitsbegriff irgendwo ja also es ist nicht nur dass es ausschließlich um gleichheit geht ja aber auch dieser freiheitsbegriff kommt mir manchmal so ein bisschen formalistisch vor ja dass gar nicht so sehr die qualität der freiheitsoption bewertet werden sondern hauptsache man hat die freiheiten also speziell beispielsweise was diese diese problematik transsexualität anbelangt ja ich finde das ein sehr sehr schwieriges thema es ist eben nicht sozusagen der der ja wie soll ich sagen die affirmation von transitionen die leichtfertige affirmation der transitionen ist nicht unbedingt immer nur als empathie maximale empathie zu interpretieren in meinen augen ja sondern die sache ist doch sehr viel komplizierter in meinen augen und aber wenn man solche sachen anspricht ja dann ist man ja gleich schon wieder transfer transfer und die 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 sozusagen die die schiere möglichkeit ja dann eben die option auf mehrere geschlechter zu haben das wird dann als höhere freiheit gewertet aber die qualität dieser freiheitsoption was das dann in der praxis heißt und ob das wirklich immer irgendwie unproblematisch unproblematisch ist ja wer das dann anspricht der der gilt dann als der der ich will mal sagen tendenziell böse ja ja und zu freiheit da gehört ja auch das also dass du eine informierte entscheidung treffen kannst wenn du vorher die richtigen informationen nicht hast was bringt es denn dann wenn du jeden tag dein geschlecht wechseln kannst oder jetzt jedes jahr wie es mit dem selbstbestimmungsgesetz vorgesehen also deswegen ist es wichtig dass du von ärzten und gesundheitssystem vorher richtig aufgeklärt wirst das und auch von den von deinem umfeld vorher dass dass es da keine tabus gibt dass du da auch frei drüber sprechen kannst also ich habe ja ich habe vor einigen jahren habe ich mich mal mit so ein bisschen so einer literatur zum thema homosexualität beschäftigt aus so einem vulgär sozialistischen umkreis also der der anlass war es gab in der aster in hannover so eine veranstaltung da bin ich hin und die ist ziemlich die aster in hannover ist relativ stark in der hand von so lgbtq plus kreisen war es zumindest damals so und dann habe ich und da habe ich dann eben von dem referent mir zwei bücher kommen lassen und das was ich da halt gelesen habe war schon ja wie ich finde äußerst problematisch also das narrativ war im grunde genommen dass praktisch der marxismus genommen wurde und auf die geschlechter thematik angewendet wurde also das heißt die die sozusagen der nächste schritt in der emanzipation der menschheit besteht darin die geschlechter unterschiede sozusagen ähnlich aufzulösen wie die klassenunterschiede in der klassenlosen gesellschaft ja und dass alle diejenigen die irgendwie in diese sie in diese richtung operieren das ist dann sozusagen die eigentliche avantgarde die wir jetzt gegenwärtig brauchen ja was ich für ausgesprochen problematisch halte offen gestanden ja wie hat das denn funktioniert ich meine okay klassenlose gesellschaft du enteignest die kapitalisten hast du keine kapitalisten mehr hast du nur noch arbeiter aber geschlechter wie soll das funktionieren du schneidest allen männern und was oder ja es ist es ist im grunde genommen die die völlig also es ist ein also letztlich geht es ja darum dass praktisch die biologie zur nebensächlichkeit erklärt wird und das identifizierte geschlecht ist das eigentliche ja und dort sozusagen maximal frei zu sein und auch sozusagen was weiß ich kinderwunsch völlig unabhängig von irgendwelchen biologischen gegebenheiten erfüllen zu können und so weiter das ist dann sozusagen die die überwindung des der der patriarchalen zweigeschlechtlichen familienordnung ja und bei so einer ideologie wo ich sage am ende des tages wenn wir uns unsere gesellschaft anschauen wird doch der großteil der reproduktionsarbeit einfach von heterosexuellen familien gemacht und meistens ist es so dass halt vater mutter und kinder dann in einer familie leben und das ist ja erst mal nicht schlecht und jetzt dann sozusagen da mit der brechstange anzukommen und jetzt hier das die große die große dekonstruktion dieser strukturen da anzusetzen macht man damit nicht mehr kaputt als man dann letztlich irgendwo an vermeintlicher oder tatsächlicher freiheit erreicht ja die frage muss man sich doch stellen ja ich ich meine natürlich leben wir in anderen zeiten nicht mehr wie was weiß ich in den fünfzeiger jahren wo man das vielleicht manchmal auch ein bisschen sehr kleinkariert alles gesehen hat wo dann auch familien wo sich paare dann nicht geschieden haben aber nach innen dann sozusagen eine trennung gelebt habe die auch sehr traumatisierend sein kann und so weiter das muss ja nicht also ich bin ja nicht völlig naiv in einer ich will mal sagen familien traditionellen familien romantik aber sozusagen ins komplette gegenteil zu verfallen halte ich für absolut nicht hilfreich ja ja bevor bevor ich zu meiner nächsten frage komme hinweis an den chat nein wir haben nicht gesagt dass großbritannien und deutschland republiken waren du hast glaube ich von einem starken republikanischen selbstverständnis in großbritannien gesprochen und damit meintest du diesen seit jahrhunderten verankerten parlamentarismus also es gab ja in großbritannien sehr starkes parlament gegenüber dem könig ja auch es geht auch um das bewusstsein einfach nach dem motto wir sind hier ja also es muss du brauchst halt um ein imperium zu bevölkern brauchst du eine relativ große klasse die du einsetzen kannst als verwalter als soldaten und die das das auch 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 aus intrinsischer motivation das imperium aufrechterhalten ja und dazu brauchst du eine vergleichsweise starke identifikation mit dem staat ja und das geht halt über über was republikanisches sehr viel stärker als über sozusagen einfach nur die untertanen tätigkeit untertanen dasein unter einem allmächtigen könig ne und auch deutschland war jetzt natürlich rein formal keine republik aber es war schon sehr viel demokratisierter als beispielsweise der preußische staat vorher wo es ja noch drei klassen wahlrecht gab also dass da will ich jetzt nicht in die details gehen dass das sind nur diese einwände aus dem chat das ist teilweise ganz hilfreich dass man die auf twitch gleich sofort bekommt dass man nochmal erklären kann was man eigentlich gemeint hat ja aber auch da ist eben das deutschland hat sich ja auch sehr viel schwerer mit diesem imperialismus getan und kam da sehr viel später in gang als jetzt das britische empire ne ja das liegt bestimmt auch in der föderalen tradition in deutschland weil es da gar kein zentrales ferium gab sondern halt jede menge kleinstaaten die erstmal zu einem nationalstaat vereinigt werden mussten ja aber wieder zur geschlechter thematik wo wo meinst du führt das denn dann hin wenn man diese kategorie abschaffen will ich meine das wird ja keinen erfolg haben diese kategorie die besteht ja aufgrund der biologischen gegebenheit die wir nun mal haben aber wo kann der versuch diese kategorie abzuschaffen schlimmstenfalls hinführen ja also was ich halt beispielsweise kritisch sehe ist dass im in der während der pubertät ja irgendwelche ich will mal sagen der struggle mit der sexuellen identität dann gleich sozusagen vereinnahmt wird in dem sinne ja du bist irgendwie nicht binär oder sonst was ja weil ich der meinung bin das in der zwischen 13 und 19 und so eine gewisse ja wie soll ich sagen krisenhafte identität was das anbelangt nicht ungewöhnlich ist ja und wenn dann sozusagen beispielsweise junge mädchen irgendwo mit dem frau werden hadern ja und da irgendwie das nicht annehmen können dann ist das was was nicht zwingend jetzt auf irgendwie eine trans identität hinaus laufen muss sondern was auch eine phase sein kann durch die man einfach durch durch die junge mädchen einfach durchgeht und dann ist halt gut also so eine art anpassungskrise ja und dass das und was ich halt also ich speziell was ich von einem fall von dem lehrer der das halt mitbekommen hat in einem fall und dem das dem der das äußerst kritisch sah wie sozusagen vorschnell dann hier eine geschlechtsumwandlung gemacht wurde die dann halt auch mal oft ja mit einem mit einem verlust der fortpflanzungsfähigkeit einhergeht und was was nicht nicht unkritisch ist ja und das alles halt also umso mal ein bisschen vielleicht jetzt von dieser trans thematik auch weggehend noch mal ein bisschen auf eine allgemeinere Ebene zu heben ja es wird sozusagen ja dieses dass es sowas wie geschlechter stereotype gibt man frau und so das wird dann sozusagen grundsätzlich als etwas negatives dargestellt wo ich aber der meinung bin die allermeisten menschen haben doch mit dem begriff man frau und auch mit ihrer eigenen identität was das anbelangt und mit den möglicherweise auch klischees oder geschlechterstereotypen gar nicht so das große problem und geschlechterstereotyp ist ja wie soll ich sagen das sind halt hypothesen der praktischen vernunft die jetzt auch hilfreich sind irgendwo um ein bisschen klar zu kommen und das muss nicht alles nur zermahlen und zersetzt werden natürlich ein vorteil ist immer ein vorläufiges urteil und man sollte nicht hier zu zu wie soll ich sagen zu stereotyp urteilen ja und man es gibt ja natürlich auch die forschung wo wir sagen es gibt natürlich geschlechter tendenzen aber es gibt einen sehr großen überlapp und innerhalb der geschlechtergruppen gibt es eine sehr sehr breite streuung und so weiter das wissen wir ja alles aber wenn man damit halbwegs aufgeklärt umgeht ja dann ist es sind halt unterschiede in den erwartungswerten zwischen den geschlechtern das schlecht ist das muss nicht alles angeglichen werden ja also es wird halt dann auch dass man sich wenn jedes wenn jedes begriff von männlich und weiblich sozusagen zum abschluss freigegeben wird führt es dann nicht dazu dass sowas wie identitätsstörung oder auch das oder depression dass dann sowas vielleicht auch befördert wird ja weil eine robuste identität ja auch hilfreich ist ja also das sind ja fragen die könnte man doch eigentlich sehr gut empirisch beantworten und da müsste man doch möglichst unaufgeregt und breit diskutieren können also man könnte ja länder in denen sowas wie transitionen komplett verboten sind oder jetzt neu verboten wurden wie russland einfach schauen inwieweit verändert sich jetzt beispielsweise selbstmordrisiko bei jungen leuten und was könnte da eventuell der einfluss dieses verbots jetzt sei also das das sind ja fragen könnte man empirisch doch relativ gut beantworten weil wir hier sehr viele länder auf der welt über sehr lange zeiträume miteinander vergleichen können also das wird doch gemacht oder ja ich denke auch dass das gemacht wird aber ich bin jetzt auch da kein super experte drin ja ich sehe es halt bloß dass oft sehr ideologisch an die sache herangegangen wird jetzt hat es ja kurz vor diesem selbstbestimmungsgesetz ja noch dieses manifest gegeben hast du das mitbekommen von ja so eine ganze reihe von biologen und so weiter haben sich da haben da ein manifest verfasst das sich sozusagen gegen eine ideologie gegen eine ideologisierung der biologie wehrt ich habe da auch ein video zu mal auf meinem kanal gemacht der imp hatte da auch eine der haupt initiatorinnen bei sich auf dem kanal mal im gespräch also durchaus sehr interessant und empfehlenswert an der stelle ja also es ist aber auch das ist halt so eine sache weißt du da wird dann halt diese 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 ganze problematik das ist wie so eine art ja progressivistisches ersatz thema das dann so hoch hoch gespült wird aber die die fundamentalen systemischen probleme die wir haben bei uns in der gesellschaft ja dass wir nach meinem dafür halten eine eine weltwirtschaft haben in einem kritischen zustand wo wir im grunde genommen sowas wie eine staatsschuldenblase oder ja überschuldungskrise vielleicht allgemein volkswirtschaftlich haben ja und die auch dann zu entsprechenden problematischen entwicklungen führt ja darüber wird halt dann gar nicht geredet oder war wo ich auch mal dazu gemacht habe dass wir seit 50 jahren halt die produktivität nicht mehr zur zur lohnentwicklung passt und so weiter ja ersteres sehe ich genauso bei ersteres können wir auch gerne mal ein gespräch machen aber dann glaube ich an anderer stelle das würde jetzt zu weit führen würde sie den rahmen sprengen ja aber es ist doch sehr interessant und ich glaube damit können wir schließen da sind wir nämlich wieder beim ersten punkt bei diesem ja dieser quasi religiöse von diesen walken es geht also von diesem walkismus es geht bei diesen kultur kämpfen ja um relativ irrelevant fragen was ist eine frau wie viele geschlechter gibt es ja rassismus gegen weiße also all solche fragen wo mit einem unglaublichen moralischen propanz auf leute losgegangen wird die andere meinung sind sind ja die reale politik relativ irrelevant das erinnert einen an solche fragen wie wie viele engel passen auf einen stecknadelkopf sehr guter vergleich denn genau diese das was du genannt hast ist ja sowas aus der späten scholastik ja und da war auch sozusagen haben wir es auch mit so einer erstarrten wertigkeit zu tun also ein bestimmter wertekanon ist alt geworden ja und und sozusagen was was wenn man so Anfang der siebziger jahre schaut da war zum beispiel ein großes thema der sozialliberalen regierung die bildungsexpansion um mehr menschen einen höheren bildungsabschluss auch zu ermöglichen ja und das war aber in seiner zeit ja ein hochrelevantes thema weil tatsächlich in den 50er 60er jahren die akademikerquote in deutschland relativ niedrig war auch im internationalen vergleich man natürlich gesagt hat ja wir brauchen mehr gut ausgebildete ingenieure et cetera et cetera und auch der höheren frauenteil und so weiter also das war damals war sozusagen es war ein links liberales thema aber es war gesellschaftlich hoch hoch relevant ja und niemand würde jetzt heute hergehen und sagen das war aber irgendwie blödsinnsthema was man damals behandelt hatte ja aber das die großen themen sind sozusagen abgearbeitet und auch was was und 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 was dann bleibt sind eben solche randthemen ja an denen man sich dann noch die man dann beackert um dann sozusagen für sich noch ein bewusstsein davon zu haben progressiv und fortschrittlich zu sein ja aber sind die fundamentalen themen ja verrammelt ja also du kannst ja auch nicht mehr wirklich kritisch zur geopolitik stellung nehmen also da ist ja in den letzten ich will mal sagen 25 jahren ist ja von der friedenspolitik gar nichts mehr übrig geblieben die ja auch mal linke domäne waren gerade bei den grünen ja das hat sich ja völlig in nichts aufgelöst obwohl ich mich beim ostkonflikt jetzt total gewundert habe ich dachte da übernehmen die walkie ist jetzt auch wieder komplett das regierungsnarrativ und da sehe ich jetzt plötzlich einigen streamer dass sie da total kritisch also auch aus so einer moralistischen perspektive was man auch kritisieren muss aber dass sie da relativ kritisch besprechen was israel da so macht und inwieweit deutschlands haltung da ist was ich so nicht erwartet hat hätte ja dass das die linke natürlich ein bisschen gespalten was das anbelangt einerseits wenn man natürlich solidarisch mit den juden sein auf der anderen seite ist es natürlich offensichtlich so dass die palästinenser in der schwächeren position sind ja und da ist natürlich der vulgär sozialistische reflex dann mit den schwächeren partei zu ergreifen ja aber da ist also wie gesagt so würde ich außenpolitik gar nicht sehen sondern ich würde erst mal schauen was ist in deutschem interesse und in deutschem interesse ist eine deeskalation also schon da keine waffen hin zu liefern und dann möglichst mäßigend auf israel einzuwirken es ist ein anderes thema da brauchen wir jetzt auch nicht darauf einzugehen aber da ist auch ein sehr schwierig ja da führt dieses moralistische politikverständnis aber dann komischerweise plötzlich das dazu dass gegen die offizielle linie geschossen wird was ich sehr interessant fand aber das machen wir jetzt zum schluss nicht noch aufmachen ich würde sagen war eine gute diskussion und jetzt habe ich hier zum nächsten mal würde ich sagen ja habe mich auch sehr gefreut vielen dank für die einladung und bis demnächst ja ciao ciao